Inflation, Krieg und natürlich der demografische Wandel, all diese Themen stellen eine eklatante Herausforderung für uns Unternehmerinnen und Unternehmer und Investorinnen und Investoren dar. Bei meinem diesjährigen Vortrag im Rahmen des Investmentkongresses 2023 vom 23. bis zum 26. März 2023 werde ich Ihnen die Thematik des Unternehmensverkaufs bzw. die Thematik des Unternehmenszukaufs, also des anorganischen Wachstums, nahebringen. Als zertifizierter und akkreditierter Nachfolgeberater des Deutschen Instituts für Unternehmensnachfolge beschäftige ich mich sehr stark mit dem sozialen Thema im Rahmen des Mittelstandes, wie eine Unternehmung erfolgreich an eine Nachfolgegeneration übergeben werden kann. Natürlich aber auch, wie heute hochambitionierte Unternehmerinnen und Unternehmer ihren unternehmerischen Zielen im Rahmen des anorganischen Wachstums, also im Rahmen des Unternehmenszukaufs, nahe kommen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie auf dem diesjährigen Investmentkongress vom 23. bis zum 26. März 2023 in einem digitalen Format begrüßen darf und freue mich bereits jetzt auf Ihre Teilnahme.